Nächstes Level ab habe ich wieder einen neuen Perk. Oh, was denn? Och Gott, habe ich schon wieder vergessen. Ich glaube, es war Schild. Ich glaube, wir können übrigens auch hier lang? Ah ja. Erstmal eine Runde Noscher. Weil das hier... Oh. Ah, ich bin runtergefallen. Nicht schlimm. Wow, hier oben ist einfach gar keiner. Oh, das ist wieder so ein richtiger Geisel. Wie hast du den denn eliminiert? Achso. Von draußen. Genau, von da. Okay, ich gehe mal hier runter. Ey, wir konnten eine Door safen. Nice. Okay, ich hatte gerade ein bisschen Action. Ein bisschen Schaden gefressen. Oh, Schildsniper. Und... Na, okay, der schießt eh nicht auf die. Dann ist das so. Du schießt auch gar nicht mehr auf die Fässer. Oh. Nicht mehr? Außer eben, als der Leine war. Hä, das war es schon? Ja. Nice, okay. Wer geht's? Äh, das Icon unten erinnert mich an den Kernel Level 100 aus Battlefield Friends. Äh, ich glaube, ich muss aber hier mit anderen Level, sonst kriege ich nämlich kaum Punkte. Alter, 44 Sternis. Ach, ich brauche nur Iden spielen hier. Ja, schade, dass die Ultimates so... Ne, die ist sch... Ne. Nicht so, hm. Es gibt... Also, ja, wir spielen halt noch so relativ einfache Level. Ja, ja, stimmt. Und vor allem werden sie durch mich nur noch leichter. Hm. Weil ich ja das Spiel, sag ich mal, gut kenne. Wenn die Runde zu Ende ist, muss ich mal schauen, äh... Welches Level wir hier schon haben. Also, welche... Ja, ja, gute Idee. Das sagt mir nämlich auch... Ach, hier unten sind wir jetzt scheiße. Warte. Ey, töte mir den Cowboy. Aber ich mach mal nach... Sag doch was. Sag doch was. Muss ich ein bisschen weiter wegstellen. Oh, 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 oh. Jo, ich starte jetzt nachher, wo ich fast noch voll bin. Jetzt eine geile Blutwurst. Angelockt und jetzt zugeschlagen. Nein, oh, die Tante ist gestorben. Ach, übrigens, ah. Also, nochmal neu schon. Äh, es gibt jetzt auch nicht nur die, die die als Geisel nehmen, da als Schutzschild. Ja. Sondern auch, äh, die, die sich vor sie hinsetzen. Und wenn du irgendein... Irgendwelche Faxen machst, dann erschießen die die einfach. Ach, ah, okay. Also, da müssen wir aufpassen. Wäre ja noch gut, wenn ich da so ein Beispiel mal sehen könnte. Ja. Wir können einfach mal kurz hier hochgehen. Ja, okay. Hoch? Äh, nee. Ah, hier, warte mal. Hier unten ist das andere hoch. Äh, dieser Cowboy, oder was? Genau, das ist der. Mit dem roten Latzo. Äh, ja, okay, warte, lass mal ganz hochgehen. Also, dann doch nicht der, okay. Nee. Also, war der, aber der hat nichts gemacht. Ähm, so, warte, ich hab mal eine kurze Smoke. Ja. Genau, ja, genau, hast du gesehen. Ah, naja, okay. Das war trotz Rauchgranate? Äh, ich dachte, der hat jetzt eine Geise umgebracht. Ja, doch, ich hol noch ein bisschen zu schießen. Ach so. Oh, dude, ihn mit deinen 44 Stars. Hm. Findest lustig, dass bei jedem Level immer so eine Textnachricht links, äh, aufploppt. Ups. Boah, ich glaub, das war's du, oder? Ja, ja, ja. Ja, ja. Sag doch was. Hm. Hm. Pfff. Kann das Level da oben nicht noch anders angehen? Äh, ja, ja. Ja, man kann von oben rein. Ja, ja, genau, genau, genau. Das wäre eine gute Idee. Ich wollte es jetzt nicht. Oh. War er getötet, ne? Nee. Ich glaub nicht. Oh, aufpassen durch die Fenster, komm auch gut rein. Nicht, zum jetzigen Zeitpunkt wär's mir eigentlich egal. Ich mach mal hier unten ein bisschen. Oh, was für mich alleine. Oh. Ich geh oben, ne? Oh, hier sind einfach zwei Geiseln drin. Oh, hier ist wieder ein Licht, ah, hier ist wieder ein Light-Switch. Wenn du dann oben bist, können wir mal durchgehen. Ich achte irgendwie gar nicht auf die, ne? Also, das war jetzt immer schon zufällig. Hm. Oh. Scheiße. Okay, das wusste ich nicht, dass das passieren kann. Das war ja langweilig. Komm. Das sind immer noch die ersten Level. Okay, ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas krasses ist. Ja, genau. Genau. So, aufpassen, wenn du aufs Glas springst, dann richtig rein. Ja, genau. Oh. Oh, das ist cool. Oh, warte, ich hab Sniper. Jetzt kann ich's dir zeigen, was ich mein. Zeig mal, ja. Oh. Und dafür ist es halt genau richtig. Schmacko. Weil ich bin mir nicht mal sicher, ob wir es jetzt easy geschafft hätten. Hm. Ich glaub, hier noch rechts unten. Der Faschel geht nach oben. Ich feuere jetzt gar nicht mehr so viel. Ach gut. Oh. Ja, bevor man irgendeine Geisel tötet. Ja. Nice. Auch irgendwie wurden es jetzt nicht so viele Gegner. Vielleicht so... Ah, 3.2 sind wir schon. Mhm. Rieseball-McDonuts. Nice. Ich würde sagen, die dritte Welt machen wir noch. Ja. Ich hab jetzt... Ich hab neun Level sind es immer. Pro Welt. Wenn ich mir Panzerung anfordere, krieg ich mehr zurück. Nice. Oh. Nice. Äh, zwölf Level sind es nicht neun. Äh, zwölf Welten oder was? Oder pro Welt. Was meinst du? Boah. Äh, zwölf Level pro Welt. Ach, aber wir haben ne Bombe, okay. Ja. Wollen wir uns vielleicht aufteilen? Cooles Achievement. Achso. Okay, drüber ist nichts. Okay, wir teilen es ein bisschen auf. Nein. Nee, gar nicht. Oh, der hat mir nen Fuß geschossen. So langsam irgendwie. Schnappst du dir. Da hat sich die Dings Vertikalität gelohnt. Oh shit, oh shit. Okay, wir brauchen hier ne Keycard. Okay, ich bin hier wieder beim Anfang. Okay. Ich muss beim Paschel aufpassen, dass der bis runter geht. Reloading. Meine Geisel sind safe hier. Ein paar Kaiser. Okay. Oh, das war knapper. Oh, das war noch knapper. Aber gut, dass ich hier ne Waffe hab, die einfach eine Million Schuss hat. Du kannst den... Wie weit kommst du denn runter? Oh Gott. Ich mach hier lieber erstmal oben Action. Ich mach das. Mach mal Rauchgranate. Pass auf, keinen töten lassen. Wir sind ziemlich weit. Hier ist... Die stabilt auch riesig. Guck mal, wie viel Zeit wir noch haben. Jaja, hier ist ne Koop-Tür. Aber ich glaub, die ist optional. Ah, ich hab die Bombe gefunden. Bum, bum, bum. Okay. Ja. Wie weit geht's denn da noch runter? Ich bin hier bei der U-Bahn. Ja, ich bin mit einem Fahrstil bis runter. Genau. Ah, ja. Ah, okay. If you sing. Nice. Oh, Waffenboxen. Oh. Waffenschmuggel. Äh, apropos, ich brauche mal... Sauber. Oh, müssen wir aufpassen. Warte, noch nicht hochgehen, bitte. Wir haben eh jetzt Zeit. Das müssen wir noch mal üben. Ja, es hat ganz gut funktioniert. Ja, beim... Beim zweiten. Ah. Oh, juckt. Oh, juckt. Oh, juckt. Brauchst du wieder Smokes? Ja, so oft verweff ich aber... Keiner war. Kann ich schon mal. Komm, bei den Punkten. Oh, gut, dass der nicht hinter der Geisel stand. Äh, kamen wir die Keykarte, ne? Ne. Wir könnten mal in die Koop-Tür gehen, aber... Ja, stimmt. Gute Idee. Aber... Müssen wir. Dass es so schlauchig ist... Ja, es kann sein. Deswegen hat man auch noch so viel Zeit. Hm. Trickshot. Tja. Hm. Darum ging es nicht, warte. Das ist derselbe Weg. Blöd. Ja, die war so ein bisschen links. Ach, da, ja. Trains. Ja, Keykarte. Äh, ich... Wird mir noch... Okay. Gut, dass du schon vorgegangen bist. Sag doch was. Ja, sorry, ich weiß, dass hier nicht so viel ist. Oh, das hält ganz schön ins... Oh, cool. Nochmal. Äh, Rüstung. Ich hab auch nochmal einen Sniper-Shot, falls wir den noch brauchen. Hm. Oh. Ich sag's, komm noch mal so rum. Haben wir keine Keycard? Hä? Hä? Ach, dann werde ich mal nochmal zurückgehen. Ist ja ein anderer Weg gewesen. Achso. Also, ich glaub, ich hab wirklich meine Klasse gefunden. Jo. Wär's auch gar nicht, was der normale Stürmer da ist, so alt für Vorteile haben soll. Also, also halt vielleicht die Waffe. Also, halt vielleicht die Waffe, aber sonst... Ah, sonst ist halt ziemlich langweilig. Boah. Boah. Die hab ich für die noch... Ja. ...geschnitzert. Aber... ...nachgeladen, dass es brauchte. Ich beteil uns mal ein bisschen auf, gell? Jo. Oh, shit. Das ist gut. Sauber. Ich glaub, der Charakter ist echt bis zur Overport. Hm. Boah, Alter, hat der mir einen Trickschutz gegeben. Ha. Okay, ich hab hier schon mal den rechten Rand entdeckt von der Karte. Oh, zum Glück war hier keine Geister. Ah, diese Trigger immer, ey. Wenn du eine Tür aufmachst, dann kommt einer rausgerannt. Damit du auch ja mit vielen Leuten aus der Tür kämpfen musst. Hoho. Okay. Wie läuft's bei dir? Gut. Gut. Hast du schon Geise gefunden? Ne, gibt's glaub ich keine. Oh, jetzt hätt ich wieder gern Shotgun gespielt. Ich weiß... Hallo. Ich weiß nicht, warum man das nicht einfach anzeigen kann. Wie anzeigen kann? Naja, was für ein Level das jetzt ist. Also was für eine Art. Ach so, also. Ich... Oh, shit. Oh, shit. Da müssen wir jetzt halt einfach kacken, damit wir... ...damit wir's machen. Aber ohne Hostages ist es eigentlich relativ easy. Was hast du doch absichtlich gemacht? Hä? Achso, musst du... Willst du noch online? Ja. Du bist gestorben. Ich weiß. Oh, Mann. Ich dachte jetzt eben noch, das war ein Witz von dir. Aber weißt du, was ich jetzt mach? Was? Shotgun. Shotgun. Äh, Ohm. Schneller nachladen wir auch. Neues, aber eigentlich ist Improved Armour das Beste. Und die... Vorderschaft, Repetiergewehr. Und... Ah, hier gibt's ja noch... Oh, die M1911 als Pistole. Okay. Speedloader. Insta-Loads four shells. Okay, das kann auch cool sein. Ich finde die Smokes. Der Brecher. Warte mal, ich brauch gar keine Smokes. Kann tatsächlich... Hab ich Sterne? Oh, ich hab 15 Sterne. Wir haben ein Level gemacht, die ich noch nicht gespielt hab. Alter. Ich hab 50. Dann machen wir das. Und... Go. Dann siehst du, wie ein Shotgun abgeht. Nice. Das heißt, ich muss dann die Leute, die Geisernehmer töten. Ne, gibt ja keine. Ach ja, stimmt. Also ohne Geisel. Deswegen spiege ich den hier am liebsten. Okay, äh, teilen wir uns wieder auf? Jo. Jo. Oh, stimmt, er war wieder hier. Ah, jetzt hab ich verstanden, wie's geht. Oh, er hat mich gar nicht bemerkt, obwohl ich die Tür aufgemacht hab. Astral. Oh. Oh, ich bin explodiert. Oh. Oh, ich seh's grad. Ich kann von dir auch... Von dir sogar sehen, wie viel Schuss du noch im Magazin hast. Das ist ein bisschen komisch. Ist cool. Aber der Realismus. Denk doch mal an den Realismus. Treffen wir uns wieder hier. Denk an die Kinder. Oh. Oh, äh, ja, das... Was hast du? Hab ich jetzt erschreckt, ey. Was hast du, Gegner? Oh. Oh, der Sniper. Sieht so ein bisschen pferdemäßig aus. Pferdemäßig. Puh. Okay. Ich hab wieder einen höheren Ruhepuls. Oh. Oh. Ich weiß nicht, was ich gemacht hab, aber den hab ich irgendwie... Äh, kann man Gegner blenden, wenn man die Tür auftritt und die erschlägt einen so? Krieg dir an den Kopf? Ich glaub, das ist grad passiert. Ja. Oh shit, oh shit. Gut. Rechtses Haus wäre gecleared. Hier oben ist wieder der Sniper. Wollen wir uns treffen? Nice. Das hat auch irgendwie Atmosphäre, wenn man so auf anderen Ebenen läuft und dann irgendwie killt's. Ich sag dir, das Spiel ist nice. Ja. Oh, die Shotgun, Alter. Ich sag dir, die ist kommend immer vor Ort. Ich wünschte, hinter dem letzten Gegner wär ne Geise gewesen, die jetzt gar nicht ein bisschen... Oh, bitte nicht. Und, und, und das ist, und das ist dann das Auto, die Shotgun ist echt geil. Rifle Slugs, make your Slugshots fly straighter and more... Oh, precisely. Switch to heavier Slugs and can literally tear through more enemies in one go. Oh, oh, oh. Oh, oh. Also für die Mission ist das echt ein neiser Boy. Aber ich will jetzt nicht wieder zehnmal sterben. Oh, ich kann mir endlich die Trapper-Rifle holen. Holen wir das mal. Auf geht's. Warte, ich muss kurz gucken, wie die geht. Verteil... Ach, Vertikose. Ey, das ist doch, glaube ich, jetzt eine neue Welt, oder? Ne, das war noch die dritte. War cool, oder? Ja. Ich bin gerade irgendwie ganz woanders. Ich laufe auch gerade übelst weit rechts. Der Dude ist einfach runtergefallen. Er ist einfach dort langgelaufen. Nice. Ne. Alter, ich habe irgendein Tier getötet. Ne, kann ich nicht sagen. Ja, ne, ein Raben, oder? Raben. Ein Maben. Ja. Das muss nachladen, oder? Oh! Sniper. Das wärst du gewesen. Oh, die Sniper sind hier schon ein bisschen eher. Wirklich? Ja. Weil die halt instant schießen, da kann ich nichts machen. Ich glaube, das Schlimmste an dem Level ist, wenn man runterfällt. Oh! Nein, ich konnte noch... Da ist ein Donut! Ich hätte den Donut! Das ging ja relativ schnell, können wir nochmal machen. Und hier kann man übrigens auch Shotgun spielen. Da ist ein Donut! Ja, wirklich. Das war wirklich der Donut. Das war wirklich noch so ein kleiner Sprung. Und ich habe am Ende noch schöner Rauchgranate geworfen, dann die drei Typen im Nahkampf mit der Pistole weggeschrotzt. Oh, ich weiß jetzt, wie ich den Raben eliminiert habe. Ich habe den aufgeschreckt und dann ist er hochgeflogen und dann konnte ich ihn eliminieren. 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 Oh, du trägst... Oh, ja. Geil. Neun Stück haben wir schon. Oh, scheiße. Neun Stück? Was neun Stück? Äh, Donuts? Äpfel, Klöße, Radwasser. Weinberg-Schnecken. Schnein-Berg-Recken. Genau. Hä, wo bist du denn? Ich weiß nicht. Hä, wo bist du? Wie kannst du die ganzen Leute nicht tönen? Oh, ich habe es geschafft. Ja, ich mache halt einen Speedrun. Hey, hier hinten ist noch jemand. Wo denn? Könnte ich nicht. Hä, kannst du die ganzen Leute nicht töten? Nice. Also da hat jemand sehr schlampig gerade hier gearbeitet. Oh. Ähm. Das ist mal ganz schön angearscht. Ja, weil irgendjemand hinten die Leute nicht getötet hat. Die Weinberg-Schnecke hier oben. Mission accomplished. Aber es ist auch gut, dass dir... Also hier die... Die Goodies, die Donuts. Ja. Dass du die einsamern kannst und ich die auch bekomme. Ja. Dass man nicht so ewig... Auch wenn es nicht so nervig wäre, aber... Vielleicht glaube ich spiele mal den ersten Tod wieder. Verdammt, ich habe schon wieder nicht geschaut, welches Level das ist. Achso, welches? Äh, M4 war beste. Das... Das... Leitmaschinenkamp verstehe ich gar nicht. Oh, 21 Punkte kann ich vergeben. Hups. Hm. Oh shit, er kann das wieder zurückgehen. Ich mache ja, er kann. Ah. Ah, dann hast du alles fertig geskillt bei ihm. Ah. Okay. Wasserwerk. Incorporated. Oh nein. Ich hasse es, wenn keiner da ist. Hä, haben wir gerade Leute getötet oder lagen die schon da? Die lagen schon. Wollen wir uns aufteilen? Ja, zieht auf, ja. Ich muss gerade ein bisschen Gehirnschmalz verwenden. Oh shit. Oh, puh. So, hier auf der Leiter. Einmal auf E drücken. Oh. Oh. Nein, ich will jetzt nicht Harry Podcast hören. Oh shit, oh shit, oh shit. Sauber. Der Sniper. Er lädt nicht mal nach. Er guckt einfach nur, wartet ein bisschen, bis er seinen Cooldown wieder weg hat. Dann schießt er. Nice, ich habe zwei Geyser. Du könntest ja vielleicht noch Rüstung. Rüstung. Ja. Brauchst du noch Cola? Oh. Ah, ja. Wir können es aber fertig machen, wenn du willst. Ja. Hallo. Ich muss jetzt nicht auf Hi, äh, auf Completionist spielen. Wir können auch gerne Any% Run machen. Oh ja, da ist noch einig schon. Aber wie gesagt, äh, wir haben das Level abschließt bekommen an Sternen. Ja. Und wenn man überlebt. Ja. Ah, okay. Gut, habe ich es mir richtig gemerkt. Ptschoo, ptschoo. Was sollte dieser Raum? Oh. Sauber. Thank you. Hast du schon den Keller gemacht? Die dürfen dich nicht sehen. Ah, ja, den habe ich gemacht. Also ganz rechts nicht. Du hast, du hast in das Fass geschossen, du Drecksack. Ja, weil die Waffe nicht so präzise ist. Das ist ja nicht, warum es den, warum es den Charakter gibt, wenn es einfach zehn bessere kann. Ja. Ich finde es auch gut, dass man halt ganz schnell die anderen Charaktere am Anfang schon spielen kann. Und dass es nicht so ist, äh, äh. Dass jeder mit dem Noob rumrennt. Ja. Gut. Müsst du noch der sein, oder? Ich denke, ja. Und nur zwei Sterne. Ah, ist immer noch die dritte Welt. Ja. Die Wasserwelt. Oh, ich habe neue Skills. Vernichter. Huh, ah. Warte. Erst mal die Hose richten. Oh, so. Alter, wie spät ist es eigentlich? Oh, es ist schon halb vier, ey. Ich habe heute nur dieses Spiel gespielt, gell? Ha. Zum Glück habe ich schon eingekauft. Hä, wie kommt man hier hoch? Ach, Polizei, oder? Ja. Was sonst? Ich habe ein bisschen Angst. Oh Gott. Ah, schade, das ist wieder so ein lineares Level. Oh. Thank you. Oh, naja, du Drecksack. Ich wusste, dass du rauskommst. Ähm, ja, machen wir hier so weiter, gell? Mhm. Ja, bei der Abend wird so fünf oder sechs, äh, fünf, sechs, vier Leute, oder so wäre es auch cool. Ah. Weil wenn es dann noch schwieriger wird. Was macht das? Oh, den Raben. Oh Gott. Mhm. Schön die Reichweite ausnutzen. Geiser hat irgendwie überlebt. Nice. Gut. Also ich hätte hier oben das. Ich glaube, du bist schon wieder im Vorteil. Nee, nicht so ganz. Oh, die eine wäre fast gestorben, ey. Nice. Geil. Easy. Kältetod. Und weiter. Shield up. Nee, das ist wirklich eine Frau, die hat jetzt, äh, in der Frauenstimme hier meinen Charakter erklärt. Sehr merkwürdig. Gut gezählt. Äh, ja. Ah, ich komme hier hoch, nicht runter. Ja, die liegen halt schon tode. Tode. Wo bist du gerade? Ah, du bist unten. Unten. Das finde ich halt auch schön, dass man sich auftanken kann, weißt du, sonst, die anderen Koop-Spiele, die sind immer, oh, geh mal aus dem Weg. Weg. Ja. Und hängst du die ganze Zeit nur irgendwie auf dem Vogel. Ja. Und hier unten brauchen wir eine Keycard. Okay. Ich bin ziemlich froh, wie ich gerade, äh, so einen Molotow-Werfer eliminiert habe. Mhm. Was gibt's hier oben? Ein paar nahe Camper, die es nicht mehr schaffen. Nichts zu erwischen. Ich bin jetzt auf dem Dach, ich sehe, äh, eine Keycard. Äh, jetzt könntest du rein. Okay. Äh, ich gucke mal kurz, was hier oben ist. Warte mal, irgendwas? Ja, rechts sind noch ganz viele Sachen, die du machen kannst. Dann gehe ich erstmal da runter, das ist eh nur ein Dude, der da rumhängt. Mit Geisel. Ich hoffe, ich habe hier nichts übersehen, weil hier sind noch eine Menge Fahrstühle und so. Und Rolltreppen, Rolltreppen, Rolltreppen. Okay, das mit der Keycard hat es hier ledigst, perfekt. Okay. Erledigt worden. Ich sehe hier oben noch einen Sniper. Zwei Gegner. Hier ist noch ein Polizist, keine Ahnung, was der macht. Ja, genau, da kommen jetzt noch ein paar Leute. Oh, okay, das war nur das. Nicht viel gesehen. Nice, sü. Hipster, Bierfabrik. Level up. Level up. Ready. Was gibt's hier eigentlich noch bei dem Dude? Your Basic Recoil Recovery Speed ist... Oh, bei 35%. Heftig. Ich brauche nur noch einen Punkt dafür. Ich muss nicht so viel tappen. Oh. Türen, ey. Das ist ein Pater Noster. Okay, endlich mal ein bisschen Vertikalität. Oh, shit. Zum Glück habe ich das Schild. Könnte ich darauf verzichten? Oh. Nein, nein, nein. Ich muss nachher... Scheiße. Kein Problem. Mission failed. Boah, einfach nur einen Knopfdruck und weiter geht's. Heftig, ja. Warum hast du den wieder nach Rauch genommen? Was ist ich denn? Ich merke schon deine Fehler, die du machst. Ich habe eh genug Dings. Das sind auch noch keine schweren Level. Du musst erst mal die schweren Gegner abwarten. Dann geht's ab. Dann geht's ab. Oh, nee. Ich sage... Ab durch die Türe. Du musst sogar auf die drauf gehen, damit du weiterkommst. Boah. Oh. Ja, aber... Ja, du hast ja nur einmal Rüstung, ey. Der ist ja richtig kacke. Den hätten sie jetzt schwer einstufen sollen. Boah, das war auch knapp mit der Geisel. Oh, der ist jetzt eine Geisel. Hier, brauche ich die für jeden Fall wieder. Okay. Ist doch so... Oh, scheiße. Nein. Pass auf. Ja. Na komm, wenn du eh hier noch brauchst... Oh, hier ist eine Geisel einfach so. Ja, die habe ich gemalt. Nein. Okay, eine Geisel ist tot. Oh, jetzt ist hier eine... Dankeschön. Ketchup habe ich gemacht. Oh, Ketchup, ja. Ich weiß doch nicht, wofür. Oh, scheiße. Meine Leertaste spackt gerade. So habe ich den Sprung nicht geschafft. Okay. Oh. Ach so. Okay. Ach, hier ist wieder Koop. Das kam auch lange nicht mehr. Hm. Schön, als ob ich es im Urin hätte. Ja. Jetzt fahr schon Musik. Haha. Nein. Oh, nein. Was ist das? Ciao. Health is full. Was hast du denn du gemacht? Oh, hier unten ist noch eine Koop-Sache. Ist das nicht gesagt? Mehr? Ach so. Habe ich nicht gesehen. Warte, ich nehme erst mal die Geisel mit. Sind die ganzen Geiseln da von dir gestorben? Äh, nö. Hier ist auch noch mal eine Koop-Sache. Nice. Oh, oh. Der hat fast eine Geisel. Oh, shit. Ja. Ach, da. Der 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 da. Nice. Wirklich. Irgendwie bist du später reingekommen als ich. Okay. Sehr, sehr merkwürdig. Beste. Die. Ja. Kann ich die? Ja, sauber. Hier rechts, Koop. Koop, Koop. Koop. Erst beschießen. Hey, schick. Das gefällt mir. Das ist ein bisschen schar. Ich mag das Level nicht. Ich mag das Level nicht. Ja, 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 das ist. Oh. Vor allem, wieso geht's jetzt bis hoch? Hoch. Ja, genau. Oh, nice. Secret. Wow. Und dann nur, und dann nur sowas. Ich hab mal ein bisschen alleine Spaß. So, jetzt. So. Ist das für ein Knopf oder so? Oh. Ähm. Was war denn das für eine Aktion? Ich weiß nicht. Äh, was fehlt jetzt noch? Ich glaub rechts. Oder? Naja. Hä? Ich glaub rechts. Naja. Ja, hier oben ist noch. Oh, shit. Wof's denn? Naja. Hä, für was ist dann hier die... Ach, vielleicht geht's hier aufs Dach. Oh, irgendwas hab ich gerade... Aua. Naja, hier ist nichts. Hä? Es müssen vier gewesen sein von den Dinger. Ich glaub vielleicht irgendwas. Ah! Oh, hier kommen noch Gegner aus. Ah, jetzt. Hier sind noch Gegner gespawnt. Ach so. Genau, wenn die fertig machst. Okay. Ja. Nice. Schade. Eine wieder gestorben. Es ist immer nur eine, oder? Oh, ich fand die Piste eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ah, ein Shield müsste ich mir nochmal holen. Welches Shield hast du? Äh, das unterste. Das unterste? Rifle-Resistant. Oh, ja. Weil der Rest... Ja, nicht so viel Sinne. Ja. Äh. Das ist halt ein No-Brainer. Ja. Krise im Labor. Das klingt doch gut. Ich hab gedacht, jetzt kommt nochmal eine Bomb-Diffusion-Mission. Als grünen Abschluss für das dritte Level, aber leider nicht so. Oh, hier unten ist ein Boss. Äh, kannst du den noch umgehen, oder? Ja, ja. Okay. Dann heben wir uns den mal für später auf. Ja. Oh, hier sind zwei Bosse. Nein. Oh Gott. Also nochmal. Hi. Das hab ich geklärt. Wollen wir runter? Sauber. Machst du mich jetzt nach, oder was? Ja. Da unten. Ah. Ah. Das wollte ich nicht. Das wolltest du, oder? Äh. Hat er noch so irgendwie so ein Schutzschild, oder? Ich hab überhaupt nicht in die richtige Richtung geschossen. Der explodiert übrigens noch. Oh. Nicht schlecht. Wo ist der andere Boss? Äh. Hier rechts. Hoch. Das sind zwei. Ach so. Achtung. Äh. Oh nein, 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 nein. Wir müssen weg. Wir müssen die Tante erstmal wegtun. Oh Gott. Okay, ich konnte ein bisschen stallen, sag ich mal. Ich kann, äh, nicht mehr lange. Okay, haben. Okay. Ah, sauber. Oh, das war mein Smog. Ich brauch mal hier eine Medikiste, wenn du willst. Ja, hier ist er. Okay, okay. Danke, danke. Äh, warte hier. Ich teil mich mal auf. Boah, ich brauch mich gleich nochmal. Gekischt. Jetzt. Oh. Ach, besser. Oh, verdammt. Ich konnte auch nichts mehr mitnehmen. Oh, das sah oben, sieht ganz eklig aus. Ja. Ja, aber man kann ja zum Glück den hier machen. Ah, ja. Oh, das ist ja noch ganz schön. 10 von 20 habe ich. Oh. Nice. Ich weiß nicht, wie viel du hast. Oh, habe ich nicht drauf geachtet, dadurch, dass ich die nicht eingesammelt habe. Okay, wir gehen dann zusammen lieber rüber. Guck mal da. Oh. Hm. Äh, ah, nee, du hast keine Dingsfähigkeit, du hast die andere genommen. Das hätten wir jetzt wieder oben wegschießen können. Hm. Äh, das war ein bisschen knapp. Ach, der hat, ja, jetzt sehe ich das. Der hat ein Schild und dann geht es erst aufs Leben. Okay, warte, warte, nicht reinlaufen. Pass auf. Ach so, ah ja, schon. Das habe ich auch erst wieder vergessen. Gut. Ja, der war auch hoch vom Nebel. Oh, ich würde jetzt gerne wegmachen da drüben. Okay, geht auch so. Yeah. Das ist toll. Ja. Äh, warte, warte, warte. Ich gehe hier links rein. Wo rein? Hier hoch. Und dann mache ich einen Cheap Kill. Oh. Sehr gut. Speedrun. Echt so, echt so. Ah, kurz war der ab. Hä? Nice. Wer ist denn da gestorben? Egal. Hä, wo denn? Ach so. Weiß ich nicht. Hm. Du Noob. Okay, ich nehme jetzt auch mal eine... Ähm... Ich nehme jetzt den Swat Revolver. Von meinem Lieblingscharakter, die Waffe. Warte mal, kann man hier? Nee, kann man nicht sehen. Shit. Ist nichts passiert, aber ich... Ach, es geht noch weiter in die dritte Welt. Die würde ich gerne noch fertig machen. Ja, ja. Ich würde gerne. Fettisch machen. Hä? Oh, ich bin sogar gestorben. Okay, gerade eben bin ich nicht gestorben, weil ich... Verstand nicht... Mission fail. Oh, dafür hat er noch ein Level ab. Na klar. Nur, dass die runtergesprungen sind und gestorben. Äh, so. Go. Go. Ah, der Revolver's scheiße ist, muss ich sagen. Er ist mal für 10 gekauft. Das ist die Pistole noch cooler. Oh. Hast du es gelohnt? Ich bin bis runtergesprungen und... Ja. Ja, ich bin auch. Hey, ich glaube, das ist sogar ein guter... Gute Abkürzung. Oh. Oh, das ist wieder eine Killing... Mission. Oh, das ist nett. Keine Hostage, meinst du, oder was? Ja. Oh. Wollen wir nicht erstmal unten in den Bunker? Ja, kannst du ruhig versuchen. Ja, okay. Teilen wir uns auf. Dann gebe ich dir die Kills. Cool, dass die Sounds auf der linken Seite... Äh, auf der rechten Seite hören, wenn ich... Also, Mono oder was? Ja. Also... Ne, Stero. Ja. Oh, Sniper. Oh, ich bin fast tot, Alter. Ich auch. Yo, ich wäre fast gestorben, weil ich... Äh, weil die einfach Knoten runterwerfen. Ich habe so ein Schlüssel-Item aktiviert, so ein Generator. Nice. Jetzt können wir in Malven-Frost-City endlich wieder, äh, ja, alles betreiben. Donnerblitz. Donnerblitze, Fritzel-Blitze. So, ich habe hier ein bisschen Heilung. Hast du ja auch geholt? Ich auch. Okay, ich bin wieder am Anfang. Okay. Ich sehe da deine Heilungskiste. Bis oben sind auch Gegner. Die hole ich. Okay. So, jetzt mal hier in der Rauchkanade. Oh. Ja, sauer. Oh, der Händlergrund ist doch schön. Oh, das ist gerade toll. Yeah, sauer. Oh. Yeah. Schnell accomplished. Raid on Plaza. Okay, das müsste jetzt die letzte Karte sein. Und das müsste wieder eine sein, wo wir jemanden festnehmen müssen. Denke ich mal. Was ist noch mit dem Schild, Dude? Oh. Oh. Bomb-Diffuse noch besser. Yeah. Wie ich es angekündigt habe. Die große Mission wird dann am Ende sein. Die große, knackige Mission. Wie wir beide nach... Äh, ja. Ah. Oh. Uh. Oh, yeah. Nein, ihr Drexer. Ihr Drexfixer. Du hast deinen Kopf gesprungen. Oh. Okay. Wo muss ich das hinbekommen? Wie viel mehr Munition du einfach hast. Oh, Lady Justice. Ah, das ist ja cool. Warte, 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 ich kann holen. Oh. Oh. Ja, es ist... Die Suppe ist eh schon versalzten. Äh, legst du Medikit? Nicht, jo. Leißt du? Äh, ja, geh doch weiter. Sorry, muss noch was. Oder hast du das zweimal gerade? Achso. Oh, Gott. Gut, dass hier oben weg ist. Äh, du musst die Geister abholen. Ah, hör. Ach, die Geister. Oh, scheiße. No. Easy, oder? Wie es einfach nur monoton auf dich wechselt. Alert Extinguera. So, aber das möchte ich noch mal besser hinbekommen. Wie nur einstellt. Äh, dann nehme ich auch mal meinen anderen Charakter. Oh, nice. Kriegst du eine neue Verhältigkeit. Oh, Movement Speed. Ich bin jetzt auch schneller. Aber ich will trotzdem Froggy nehmen. Mit ihren Level, die ich nicht nutzen kann. Stay behind. Der Wichser. Okay, ich gehe oben lang. Oh. Oh, ihr trägst ja. Ja. Ich muss leider auf mich warten, sonst kann ich ja nicht viel machen. Kann wohl nicht. Ich nehme mal hier die Geisel mit. Ah, ist noch eine Geisel, die wir bis jetzt verloren haben. Hm. Doch, nur, ich dachte zwei. Hä? Ich habe voll das. Ich komme hier nicht durch. Oh, das ist eine automatische Tür. Ich wollte mich schön. Ja, das ist das Problem an dem Level. Oh, oh. Sauber. Ja, wir hätten das auch beim ersten hinbekommen. Ah, schade. Du willst ja nicht noch mal versuchen. Naja. Oh, das war auch klar. Okay. Warte, ich komme drunter. Ah. Okay, müsste ich selbst sein jetzt. Ja. Okay. Oh, ja, ja. Doppelte Geschwindigkeit. Nice. Ist ein Singleplay richtig kacke, aber ja. Gut gemacht. Oh, ich habe auch Max Level. Geil. Cool. Und es gibt acht Welten, wirklich? Warte, ich gucke kurz. Also, du kannst jetzt auch gucken. Okay, wir haben jetzt die erste, die zweite. Haben wir alle Sterne? Ne, haben wir nicht. Ah, wir haben alle gemacht. Ah, okay. Ich bin schon so. Zwei, drei, vier, fünf. Warte mal, warte mal, warte mal. Eins, zwei, drei. Oh, die Challenges sind auch eklig. Da bin ich mal gespannt, ob wir das schaffen. Ich glaube, sieben oder so gibt es nicht schlecht. Ich stehe auf die Slums auch. Der Workshop, da bin ich mal gespannt. Was es da so gibt. Ja, und das war DoorKickers Action Squad. Hat mir super gut gefallen. Ja, und die äußerst zufriedenen Kunden in den Steam Reviews sprechen auf jeden Fall für sich. Und mit diesen Worten, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.